Herzlich willkommen zurück zu Fallplay, hier beim ersten Stück, der fünfte Akt. Der letzte Akt vom Stück 1. Es gibt fünf Stücke insgesamt. Mal gucken, wie uns hier der Klauendämon in die Quere kommt. Ja, seid gespannt. Oh, geht ja gleich los hier, wa? Ja, wird nicht lang, wenn du Fack geht. Nee. Ja, wird nicht lang, wenn du Fack geht. 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 Das ist ein Geblügel, ey. Ich weiß gar nicht, was du sagen soll. Nein, 46er-Kombo. Das war vorbei. Ja, das Gletschuhbarometer ist aber weit oben. Oh. Was sind das jetzt für ein Viech? Der Clown, der Clown, der Mann. Was hat er denn jetzt so angerührt? Das würde ich nicht wissen, was das war. Wie ein Bonus aus, hörst du das? Und jetzt jubeln sie wieder. Hartes Publikum. Boah, das war O-Meta, ey. Das sah ja die, die Buhnen uns aus. Oh, gleich ist vorbei. Wir müssen sie jetzt reinhauen. Okay, wir sind wieder. Jetzt steigt sie wieder. Die Leute wollen echt sehen, wie man sich prügelt, ey. Ja. Und nicht zu vergessen, bei der Produktion wird niemand verletzt. Echt so ein Theaterstück. Oh, voll erwischt oder mich? Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn. Wunderbar. Halten Sie ihn! Oh, schon geile Effekte für Theaterstücke. Definitiv. Was ist denn, Sir? Es ist ein Zylinder. Was macht ein Dämon mit einem Zylinder? Die eigentliche Frage, Herr Mr. Scambrick, ist doch, was macht ein Dämon mit dem Zylinder meines Vaters? 20 Jahre ist es her, dass Scambrick und ich gegen diesen Clown-Dämon gekämpft haben. Mir war damals kaum bewusst, welche Bedeutung das Ganze hatte. Oder wie weit wir gehen müssen, um die Wahrheit zu enthüllen. Vielen Dank, vielen Dank, fürs Publikum. Vielleicht soll ich doch mit der Natur lieber schmieren lassen, mir könnte Rola. Ja, das war das erste Stück erfolgreich bestanden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Seid auch das nächste Mal dabei, beim zweiten Stück. Was für... Wann ist es angesetzt? Oh, das war jetzt eben die Mittagsvorstellung. Jetzt machen wir mal die Abendvorstellung. Oh, keine schlechte Idee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.